Ich glaube in der Tat, dass die Themen richtig gesetzt sind, dass es um die Frage Wirtschaft, Finanzen natürlich geht. Hierzu möchte ich Folgendes sagen. Die Finanzlage Bremens ist nicht einfach und ich glaube, dass da auch objektive Gründe da sind. Man darf ja nicht so tun, als wenn die CDU jetzt Bremen führen würde, dann würde innerhalb kürzester Zeit das alles anders sein. Bernd Neumann hat das über viele Jahre, auch gerade als die Zeit der Großen Koalition war, gesehen, man kann es besser machen, aber man kann die Probleme nicht einfach lösen. Es geht jetzt ja in diesen Monaten darum, dass der Bund-Länder-Finanzausgleich gut verhandelt wird. Da sage ich, es ist klar, dass Bremen ein Haushaltsnotlageland ist, dass Bremen besondere Zuweisungen, insbesondere Zinshilfen braucht, wenn es um die Begleichung der Altschulden geht, damit die Zukunftsfähigkeit des Landes auch gesichert ist. Das sage ich dem Landesvorsitzenden, den Fraktionsvorsitzenden und allen, die heute hier sind. Dafür setzen wir uns gemeinsam ein. Dann muss es aber auch darum gehen, dass man schaut, dass was in die Kassen kommt. Da geht es eben ums Investieren. Ich habe jetzt gelesen, dass die Arbeitslosigkeit in Bremen noch mal gestiegen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das finden Sie an ganz wenigen Stellen in der Republik. Ich komme ja nur aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben auch sehr hohe Arbeitslosenzahlen. Aber da könnte man, das ist so ein Punkt, da könnte man mehr machen. Da braucht man Fantasie. Und man braucht ein Stück Mut und eine Vision. Und ich glaube, gerade was hier in den Hafenanlagen in Bremerhaven investiert worden ist, in den genannten Jahren der Großen Koalition. Das hat schon das Ganze vorangebracht. Und wir wissen ja, die Welt schläft nicht. Die Schiffe werden nicht kleiner, sondern größer. Und deshalb muss Bremerhaven auch schauen, dass es wettbewerbsfähig bleibt und deshalb investieren und ein gutes Klima für die Wirtschaft. Was das gute Klima für die Wirtschaft anbelangt, da werden wir nachher noch drüber sprechen, vielleicht auch in den Fragen. So versucht die Bundesregierung auch in der Großen Koalition Weichen richtig zu stellen. An einigen Stellen werden Sie auch Kritik haben. Ich weiß, dass im Augenblick eine intensive Diskussion um die Zukunft der Erbschaftssteuer stattfindet. Da sind wir im Gespräch und Wolfgang Schäuble hat als Finanzminister den festen Willen, eine Lösung zu finden, die das möglich macht, wofür wir ja mit der jetzigen Lösung schon gesorgt haben. Nämlich, indem der Übergang des Betriebes von einer Generation zur anderen, wenn es ein Familienunternehmen ist, möglich ist. Und da gibt es jetzt heiße Diskussionen. Wir haben das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht zu verantworten. Wir sind heilfroh, dass die Verschonungsregelung als Ganze aufrechterhalten wurde. Aber es ist uns jetzt auferlegt worden, eine Bedürfnisprüfung zu machen. Das ist natürlich so ein Ding. Was sind bedürftige Familienübergänge? Und da ist der Ansatz des Bundesfinanzministers und den verwerfen, würde ich sagen, müssen wir wirklich was Besseres haben, ist erst einmal in das Betriebsvermögen nicht einzugreifen. Und das ist, glaube ich, ein sehr sinnvoller Ansatz. Und ansonsten werden die, die von der Materie auch wirklich mehr verstehen und auch betroffen sind, angehört. Und wir wollen hier eine vernünftige Lösung finden. Zweites Thema, was auch bei uns in der Bundestagsfraktion ja sehr hart diskutiert wird, das ist die Frage Mindestlohn. Wir sind für den Mindestlohn. Ich will das ausdrücklich sagen. Wir sind jetzt aber natürlich auch dabei, das zu prüfen, was kommt da an bürokratischem Aufwand auf diejenigen, die mit dem Mindestlohn arbeiten, zu. Und am Sonntag wird es im Koalitionsausschuss nochmal ein Gespräch darüber geben. Ein Themenbereich ist Ehrenamt. Wie kann ich das Ehrenamt abgrenzen, wenn es um Entschädigungen im Rahmen der 450-Euro-Jobs geht? Andere Themen sind die Haftung und die sehr intensiven Aufzeichnungspflichten. Ich kann noch nicht voraussagen, wir brauchen hier eine Einigung in der Koalition. Die Union ist jedenfalls bereit, der Bürokratie hier noch ein Stück zu Leibe zu rücken. Aber ich will ausdrücklich auch sagen, wir haben gute Gespräche mit der Bundesarbeitsministerin und wir wollen es gemeinsam noch schauen, was wir hinbekommen. Wichtig für die Wirtschaft ist eine enge Anbindung an die Forschung und Wissenschaft. Bernd Neumann hat, ich will nicht sagen, sein ganzes Leben, aber viele Jahre seines Lebens damit verbracht, zu sagen, hier nach Bremen muss und Bremerhaven muss Forschung. Mit dem Alfred-Wegener-Institut sind Sie hier in der Maritimen Forschung ganz vorne mit dabei. Und hier muss Hochtechnologie her. Und als Koordinator auch für Raumfahrtfragen ist ja hier auch vieles passiert, auch an europäischen Projekten. Und deshalb will ich ausdrücklich sagen, ich werde mich auch in Europa immer weiter dafür einsetzen, dass wir eine europäische Raumfahrtpolitik haben, die auch solchen Unternehmen wie OMV zum Beispiel auch Zukunft geben. Dritter Punkt, die maritime Wirtschaft. Wir werden die maritime Konferenz haben, ja auch hier. Und wir haben natürlich da uns anzuschauen, was können wir im Globalen auch an fairen Arbeitsbedingungen haben, damit wir in Deutschland bestimmte Fähigkeiten halten. Denn wenn die Schiffsbesatzungen und Kapitäne überhaupt nicht mehr aus Deutschland kommen, dann hat das natürlich Rückwirkungen auch auf Lotsentätigkeiten, auf vieles andere, auf Ausbildungsbereiche. Und das werden wir sehr umfassend in der Maritimen Konferenz besprechen und auch aufarbeiten. Wir, das sind vielleicht mal die Themen aus dem Wirtschaftsbereich. Ich will jetzt nicht kommen und sagen, guckt euch die Bundeshaushalt an, das ist ein ausgeglichener Haushalt. Schön ist es trotzdem, wenn man mal der jungen Generation sagen kann, wir machen keine weiteren Schulden. Wir geben Geld an die Kommunen. Wir haben versprochen jedes Jahr eine Milliarde. 2017 2,5 Milliarden. 2018 ab 2018 5 Milliarden. Nur wissen Sie, wenn Sie dann Regierungen haben, die trotzdem nicht in den investiven Bereich gehen, dann ist das schlecht. Der Bund hat das BAföG übernommen. Und trotzdem sind nicht alle Bundesländer so, dass sie das dann auch wirklich den Universitäten wiedergegeben haben. Und es muss dann natürlich auch der Wille einer Regierung sein, dort die Schwerpunkte zu setzen, wo der Bund sie auch sieht. Und das heißt Zukunftsorientierung, Wissenschaft und Forschung. Noch etwas zum sozialen Bereich. Hier sage ich ganz einfach, eine Stadt wie Bremen, die auch Langzeitarbeitslosigkeit hat, strukturelle Arbeitslosigkeit, braucht im Grunde einen Ansatz, in dem ganz bezogen auf Menschen, auf einzelne Persönlichkeiten vorgegangen wird, wo man sich den Lebenslauf ansieht. Und jetzt will ich nur sagen, es gibt auch Sozialdemokraten, die machen da mehr. Ich will jetzt nicht in das große Lob aller Sozialdemokraten verfallen, aber ausdrücklich sagen, was die Hansestadt Hamburg gemacht hat, mit der Erfassung aller Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Wo jeder wirklich bestellt wurde, gefragt wurde, wo verfolgt wird, machen die jungen Leute einen Ausbildungsplatz. Das ist vorbildlich für die Bundesrepublik Deutschland. Und das muss Bremen auch machen. Man kann sich nicht immer damit rausreden, zu sagen, ach, bei uns ist einfach schlechter und strukturell war es auch schlechter und deshalb wird das nichts werden. Man muss mal irgendwann anfangen. Und das vermisse ich hier und deshalb sage ich, ist das nicht gut und nicht richtig. Ich glaube, dass Thomas de Maizière wird gesprochen haben mit Ihnen um die Frage der inneren Sicherheit hier. Gerade ein Land wie Bremen ist auf eine gute Zusammenarbeit, gerade in Terrorismusabwehr zwischen Bund und Ländern angewiesen. Das passiert aber bei uns auch. Und nun ein letztes, noch einmal zu dem Thema Armut und die CDU und weil Elisabeth Motschmann dieses Plakat gezeigt hat. Schauen Sie, wir haben bei der Bundestagswahl über 40 Prozent bekommen. Wenn wir das hier mal nehmen, das Plakat, und nur mal davon ausgingen, es wäre wahr, was es natürlich nicht ist, dann müssten immerhin erst mal über 40 Prozent in Deutschland reich sein. Das würde nicht mal ich behaupten, sondern man würde sagen, wir wollen deren Wohlstand mehren. Und da finde ich, kann man doch erst mal dran aufsetzen und sagen, wir haben in der sozialen Marktwirtschaft, und das ist das, was unseren Kern ausmacht, immer den Ansatz, nicht Wohlstand für manche, sondern Wohlstand für alle. Aber die Erfahrung heißt, ohne Unternehmer, ohne Menschen, die bereit sind, Arbeitsplätze zu schaffen, entsteht keine Möglichkeit, eine Unterstützung derer zu gewährleisten, die Hilfe brauchen. Soziale Marktwirtschaft funktioniert nicht, wenn niemand kreativ ist, wenn niemand Ideen hat, wenn niemand ein Risiko eingeht und wenn möglichst alles mit staatlicher Betreuung ist. Und das ist der Unterschied. Diese Balance muss gefunden werden und ich würde sagen, sie kann für Bremen und Bremerhaven besser gefunden werden. Und dass ich Elisabeth Mottmann unterstütze, brauche ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal zu sagen. Ich freue mich jetzt, dass wir diskutieren können und dann auch, glaube ich, ausreichend Zeit dafür haben und habe deshalb meine Rede etwas kürzer gefasst.